Sie kann nirgendwohin! Sucht weiter! Diese Männer haben sie. schon größere Bedrohungen als dich ausgeschaltet. Du bist hier ganz allein. Mehr habt ihr dem Nazi-Schweine nicht zu bieten? Oh Scheiße, er verblutet! Wir werden dich zur Strecke bringen wie ein Tier! Ja! 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 Wir sind noch nicht fertig, kleiner Vogel! Ja! 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 Es ist mir scheißegal! Jetzt feuern! Denkt sie mir! Tod oder lebendig! Wer? Immer weiter! Schaltet sie um jeden Preis aus! Geh! Du bist allein alter Mann. Deine schicken Soldaten, alle tot! Du bist der Nächste! Du bist der Nächste! Du bist genau da, wo ich bin. Du glaubst, ich bin der Nächste. Du kannst dich nicht ewig verstecken, Kleiner. Du entkommst nicht lebend aus Stahlkraft. Geh! Willst du mich töten, Bolina? Na los, versuch' es. Du f- ... Ich weiß alles über dich, Polina. Russische Schnappe! Russische Schnappe! Jetzt gehörst du mir! Die armen und deine Krankenschwester, die ihr Zuhause verteidigen. Mist! Scheiße! Du willst mich wohl ablenken, was? Du wärst mich nicht, was der andere Bruder ist! Du entkommst nicht! Was hat die Papi, die wir beide waren? Oder vielleicht dein Bruder? Wo sind sie? Du kannst nirgendwo mehr hin, Steiner! Ihr beschissenen Nazis werdet alle in Stalingrad sterben! Du hast mir alles genommen! Jetzt bin ich dran! Das bringt dir keine Genugtuung! Es ändert nichts! Wir vernichten euch alle! Du wirst gar nichts mehr tun! Nicht ich! Herr! Dank dir bleibt mir nur dieses Messer! Ich kann dir helfen! Unglaublich! Ihr seid alle gleich! Ich habe mehr von euch getötet, als ich zählen kann! Und alle geben die gleiche armselige Rede von sich! Friesinger! Friesinger! Ihn bringe ich als nächstes zur Strecke. Du dachtest, du kannst meine Stadt erobern und mein Volk niederschlagen. Du wolltest mich brechen, aber du hast versagt. Du hast Lady Nachtigall erschaffen. Und jetzt hat sie dich vernichtet. Die berüchtigte Lady Nachtigall bewahrte Stalingrad vorm Abgrund. Scheiße! Ihre Taten inspirierten die Russen, ihre Stadt zurückzuerobern und in die Offensive zu gehen. Mit Willenskraft und der Präzision eines Scharfschützen änderte Polina den Kriegsverlauf für die Alliierten und ihr Volk. Mit diesem Ruf war es nur eine Frage der Zeit, bis wir sie entdecken würden. Was wollte Friesinger mit einem einfachen Offizier an der Ostfront? Welche Rolle spielt das? Es spielt eine große Rolle für mich, Fräumein. Und man hat mich im Zweifelsfall. Und was hat sie in der Ostfront? Und es spielt eine Rolle für mich. Ähm, es spielt eine Rolle für mich im Leibhaus. Und es spielt eine Rolle für mich. Ich bin hier in der Ostfront, das sind ja... Ich bin hier in der Ostfront. Projekt Phönix Kann sein Ich weiß nur eins Mein Ziel bei Friesinger Es muss einen besseren Weg heraus geben Es gibt keinen Weg hier raus Außer natürlich Ihr habt euch entschieden, das Schlaue zu tun Öffne die Tür nochmal Ich zeig dir, was das Schlaue ist Lässt du mich leben draus? Was? Sicher Du Scheißverräter Okay Ich sag dir, was du wissen willst Typisch Australier Keine Ehre Keine Loyalität Etwas unter Hals Beendet das Ich werde nicht das nächste Opfer Deines Kreuzzugs sein, Tommy Hoffentlich war dein Plan das wert Viel Glück, Lukas Ich wusste, du würdest diesen idiotischen Plänen Deines Teams ein Ende Ihr zählt euch jetzt gegenseitig, was? Geh weg Zurück Zurück Ich weiß, warum du kooperierst Ich würde auch keine Mäge gehorchen Das verstehst du falsch, Kumpel Was heißt das? Ich schere mich nicht um seine Hautfarbe Weißt du nichts über Australier und Briten? Wir wurden weggespült wie Stücke Scheiße im Klo der Krone Ja, ja Verstehe, aber eure Nationen sind alliiert Es war mehr wie Meister und Diener Ich tat, was ich tat Weil für die Briten Leute wie ich Leider nun mal entbehrlich sind Ich hatte den Gelegenheit Das heißt das ist ein Video Ich hatte das Geld Ich hatte das Geld Das ist ein Video Ich hatte das Geld